Hi Candice! Phineas und Ferb? Was macht ihr denn hier? Wir führen bei dem Film Regie. Unsere neue Agentin hat alles geklärt. Hören Sie, meine Klienten fordern 3% mehr und eine Gewinnbeteiligung. Oder sie sind raus. Ja genau, wenn man sich mit einem Stier anlegt, kriegt man seine Hörner zu spüren. Hallo? Set Baby, hast du endlich den dritten Akt fertig? Sekunde, Sekunde, äh... Sind die beiden nicht noch etwas jung, um bei so einem teuren Film Regie zu führen? Ihr letzter Film war im Netz ein riesen Hit. Sie könnten in Windeln auftauchen und es wäre mir egal. Phineas, ich kann mich nicht an irgendwelche Monster in Prinzessin-Sinnlichkeit erinnern. Wir haben das Drehbuch heute Morgen umgeschrieben. Der Fluch der Monster-Prinzessin? Davon stand aber nichts in meinem Vertrag. Außerdem ist das Teil hässlich, da sieht doch keiner mein Gesicht. Ja, richtig, aber am Ende wird der Fluch in einer dramatischen Szene gebrochen und du wirst fabelhaft aussehen. Dieser Film wird höchstwahrscheinlich einen großen Star aus dir machen. Was? Echt? Ein... ein... Star? Hey hässliches Monster! Du wirst am Set gebraucht! Ich komme schon! Duftschmerz fies sein ist unser Motto! Der Rieder schnabelt hier! Wieso machst du immer meine Türen kaputt? Kannst du nicht klopfen, es ist nicht mal abgeschlossen! Dieses Mal bezahlst du dafür! Ganz recht, her mit den Scheinchen! Was soll das ein Witz sein? Das ist kein Plastik, sondern massive Eiche! Ja, das ist schon besser! Du kannst nicht einfach so in fremde Häuser einbrechen, weißt du? Abgesehen davon habe ich meine Karriere als Bösewicht aufgegeben. Ich bin jetzt in der Käserei tätig. Magst du stinkenden Limburger? Es ist ein Doofenschmerz-Familienrezept! Er ist noch nicht fertig. Er muss noch 58 Jahre und 6 Monate reifen. Aber wer kann schon so lange warten? Und genau aus diesem Grund gibt es den Altersbeschleuniger... Onator! Okay, Candice, das ist eine sehr wichtige Szene. Sie wird den emotionalen Grundstein für diesen Film legen. Oh, und die Dorfbewohner greifen dich mit allem, was sie haben, an. Äh, was meinst du mit Dorf... Action! Und jetzt die Air Force-Unterstützung! Oh, oh, hey, halt, aufhören! Und die Weltraumflotte vom Planeten fallen der Requisiten! Oh, oh! Wundervoll! Das Ding ist im Kasten! Die Klappe ist noch drauf. Tja, das ist jetzt ein wenig peinlich. Okay, Leute, das war eine tolle Probe! Und nochmal von vorne!